Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 21.12.2021. Unser DAX hat sich heute ordentlich auf die Planke gelegt. Mit dem feuchten Boden hat er nicht gerechnet, definitiv nicht. Auch ich nicht, muss man jetzt sagen. Für eine Weihnachts-, Feiertagswoche ist das definitiv viel Programm gewesen, wobei das Programm sich ja hauptsächlich im Gap ausgewoggt hatte. Ich denke, ich dürfte das die wenigsten jetzt auf dem Radar gehabt haben. Wir hatten gesagt, dass ich mich unterhalb von 4.10 einfach absichern würde, Richtung 3.50, Richtung vielleicht auch ein bisschen mehr. Wir haben ja sogar darüber gesprochen, auch wenn ich damit niemals gerechnet hätte. Wir haben ja sogar darüber gesprochen, dass es selbst hier unten bis auf diese 15.50, 15.80 hier unten drauf gehen könnte, auf diese alte Trendlinie, um die nochmal einfach zu bestätigen, dass das das Risiko wäre, wenn er dann weiter runter geht und dass ich deswegen mir eine Absicherung reinlegen würde. Einfach für den Fall, dass er dann doch ein bisschen zügiger abhaut. Ich aber definitiv nicht damit gerechnet habe, dass so viel Bewegung ist. Und im Endeffekt, muss man ja so sagen, habt ihr damit auch nichts anfangen können, weil ich sage mal, eine Absicherung hier noch reinzudrücken, das wird 8 Uhr auch keiner mehr hingekriegt haben, weil der Markt einfach schon hier unten stand und es dann letztendlich fast zu spät war. Wir haben jetzt hier unten einen schönen Fuß gebildet, auf der 800 sieht sogar mit der linken Seite hier ganz gut nach einer Bodenbildung aus, vielleicht sogar nach einem übergeordneten Doppeltop, was sich stellen kann, wenn er jetzt zügig genug nach oben kommt, würde das dann hier als Doppeltop stehen bleiben und wenn er dann richtig durchzieht, kann er natürlich das auch richtig Kraft entwickeln. Also so ganz negativ ist das jetzt nicht so in der Wertung, wie das von vielen auch bei uns im Chat so wahrgenommen wurde. Was jetzt am Tagesende übergeblieben ist, wir sehen es auch hier, ist eine klare grüne Tageskette, aber es ist halt schon unter der 200-Tage-Linie, also ein bisschen Risiko geht schon mit einher, viel nochmal nach unten Anlauf darf es da nicht geben. Also jetzt da nochmal runterdrehen und rote Katzen annehmen, das wird nicht funktionieren, dann hauen sie ihn kaputt. Ja, also der hat sich jetzt mal ganz gut gefangen. Ich würde da jetzt auch nicht, das noch nicht überbewerten, genauso wie wir hier unten gesagt haben, wo alle hier gleich mit ihren Analysen mit 9000 rausgeschossen sind. Da haben wir auch gesagt, na Vorsicht, wir bewerten es mal nicht über, solange der hier nämlich nicht unter dem Korrekturmuster unten rausmacht, ist er ja auf Tagesheben erstmal noch in einem Seitwärtsmuster. Und im Seitwärts wird halt gerne hoch und runter und hin und her geschoben, immer wieder und immer wieder. Und also jetzt halt gerade mal wieder ein bisschen unterhalb. Ja, also mit der grünen Tageskerze einfach im Nacken bin ich jetzt nicht ganz so pessimistisch, würde natürlich aber trotzdem ein bisschen das Auge draufhalten, wenn hier weiter Schwäche reinkommt, weil natürlich unten der Platz jetzt aufgeht. Also auch insbesondere, wenn hier die 1580, 1550 dann mal reißen sollte, dann geht es halt bis 1480, äh 14800 und sogar dann bis jetzt mittlerweile ja schon fast 14600 dann hier unten auf diese Linie drauf. Na, also das ist dann schon, das sind auch gut 400 Punkte, die der dann da unten weg schmieren kann, äh, wenn er die 1550 da unten aufgibt. Solange das jetzt aber nicht passiert und der jetzt hier eher nach oben drückt, würde ich dann noch ein bisschen, äh, Ballflach halten. Also insbesondere auch die Tatsache, dass wir hier nicht uns abstoßen haben können von dieser Kante hier, ähm, von dem Muster, was er hier nach unten gebrochen hat, ist sie richtig schön von unten wieder dran gelaufen. Ähm, also so von der Bewegung überhaupt, ne, fand ich, fand ich unten den eigentlich sehr, 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 sehr gefügig, sehr gehörig auch. Der ist schön, schön die Bereiche klick, klick, klack nacheinander wieder angelaufen und ist dann, am Abend einfach nicht mal unter die 1520 hier drunter gekommen, ja, hat sich jetzt oben rausgeschoben, das gibt ihm jetzt nochmal Platz bis 350 und bis 420, ja, also auch dieser alte Doppelbooten hier um die 420 bis, ich sag mal, ein bisschen Puffer bis Gap-Close um die 460, 470 hier. Das wird eigentlich nochmal so eine kleine, ähm, Widerstandsmarke jetzt, ja, in die er jetzt reingehen kann und sich auch nochmal nach unten abstoßen, aber, ja, so aus der Erfahrung her, so eine Kerzen Montag, aber das haben wir so oft schon gehabt, ne, guckt mal hier, war auch ähnlich und dann kam der Dienstag und hat voll oben rausgestellt, ähm, da bin ich, ich bin da jetzt einfach vorsichtig, weil wir jetzt ja die überwiegend grüne Kerzen drin haben, ne, das, das Gap war definitiv überraschend, das war viel tiefer, als es gegangen ist, aber wir kennen unseren DAX alle, wenn er jetzt zum Dienstag wieder hochschiebt und dann steht er wieder bei 15.560, dann geht die ganze Leier, die wir die letzten Tage haben, wieder von vorne los, ne, und der DAX macht halt oft so einen Quatsch einfach, ne, da müssen wir schon ein bisschen, rücksichtigt, solange würde der jetzt hier mit einer roten Kerze schließen, dann würde ich sagen, ach, direkt gleich früh Short rein, aber jetzt hier auf so ein schönes Aufdrehen, da würde ich halt auch wirklich ein bisschen Schwäche sehen und wenn ich die nicht sehe, dann kriegt er jetzt erstmal noch Platz in seine 350 hier rein, da kann er sich kurz die Hörner abstoßen, soll der darüber eröffnen, wird er reingehen in die 420 bis 470 und dann musst du da drunter, dann soll er hier richtig runterdrehen, deutlich, dann kriegt man auch nochmal bis auf die Kante hier unten in die 15.200 rein bis Weihnachten, na, und dann wird's nach Weihnachten richtig interessant, weil dann kriegt er hier nochmal richtig schön das Gap-Risiko, aber wenn der da jetzt nach oben durchrennt, naja, meine Güte, dann, also dann mach ich wirklich, dann mach ich die Kiste aus bis Jahresende, dann guck ich mir dann nicht weiter, ne, also ist ja einfach so, ne, wie oft haben wir das gesehen, der Markt irgendwie am Freitag schwach war und Montag mit Abwärtsgap reingekommen ist, dann hat er sich aufgedreht und dann hat er die ganze Woche wieder die Wochenverluste der Vorwoche ausgeglichen, da bin ich einfach ein bisschen zu abgestumpft, um da jetzt hier schon zu motiviert auf der Short-Seite zu werden, insbesondere ja eben aus dem Grund, weil wir ja immer noch in diesem Seitwärtsmuster drinstecken, ne, und ich sag mal, die 410, nein, ich hatte auch ein paar, die haben mich hier angeschrieben, auch welche, die, die mal im Mail-Verkehr hatten, die hier alte Position auf 14100 haben, ne, ja, hier heute früh auch geschrieben bei 1480, also wird's erstmal rausgehen halt, ne, ich würde's erstmal zumachen, gucken, wie er jetzt reagiert, wenn das bloß eine Bereinigung unten war und der zieht hier nur nach oben, dann ärgert man sich und, ähm, deswegen würde ich da ein bisschen auf Sicht fahren. Also ich denke, gute Short-Zone könnte sein, 420 bis 470, wenn er dort abdreht, würde ich eine rote Stunde Kerze mindestens sehen, ähm, dann schafft er das auch nochmal 100 bis in die 15200, Punkt, das ist eigentlich die Kernaussage der Analyse oder die Kernanalyse, die wir hier vor uns haben, äh, das, was ich jetzt hier auch favorisieren würde, und, äh, ansonsten 350 ist Widerstand, drückt es sich nach unten, bleibt 200, Ziel, natürlich wäre jetzt im frühen Stadium, im morgendischen Stadium eher schon der Bereich von 2, was ist das hier, 270, 250, schon erst, erst Anlaufpunkt, das wäre dann eher was für morgen, äh, also für übermorgen, äh, für den Mittwoch, die, die 200, wenn er jetzt zum Dienstag hochgeht in die 420, 470, sich eintritt, können wir dann zum Mittwoch nochmal auf die 200 zurücksetzen, kommen wir zuzeitig früh zurück, wäre 250, 270 Unterstützung, darunter wird er auch wieder ein bisschen offener, nochmal rein in die 15100, ähm, definitiv, aber ich würde das, die grüne Tagessatz hier nicht außer Acht lassen, insbesondere, weil sie ja eben auch auf dem Pullback-Niveau einer alten Trendlinie steht, einer alten, gebrochenen Abwärtstrendlinie steht, ne, also da gucken wir uns den mal an, riecht ein bisschen halt danach, wie das legt sich jetzt einfach wieder an die 200-Tag-Linie und tut so, wie es ist nichts gewesen, ihr habt es schon so ein bisschen vor dem geistigen Auge, wenn ihr es schlecht geht, gerne, haben wir gestern auch schon gesagt, gerne, gerne tiefer, ähm, ich, ich freue mich da über, über jede Bewegung, die irgendwie unten rausgeht, macht einfach doch ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Spannung drin, na, auch diese Bewegung, die der früh weggedrückt hat, wo hier richtig Stress drin war, so, so gefällt mir der Ducks eigentlich am besten halt, ne, was der, wie der die Punkte abgelaufen hat, so sauber unten, die, die, die 1580, also wir haben das auch mit dem Mäßchen, warum ich, das ist eigentlich richtig schön gewesen halt, ne, also der hat hier wirklich ein Punkt nach dem anderen abgeklappert, Stück für Stück, dann oben in die 280, 300 rein, die hat man auch von dort sollte wieder runter auf 220, 230, das hat er schön gemacht, ne, also, pff, eigentlich wirklich schön gemacht, 1, 2 Punkte überlaufen, hier bei 1,40 hätte ich nochmal runtergekommen, aber das sind so, so mag ich den, und deswegen hätte ich ihn gerne noch ein bisschen tiefer, weil dann macht das Trading einfach ein bisschen mehr Spaß, wie in diesem Rumgeeire hier auf höherem Niveau, dieses Seitwärtszuschiebe, das ist auch der Allgemeinheit, um nicht ganz so, ganz so nah gesinnt, und Punkt, Punkt das Ende, ich glaube, so kann man die Analyse zusammenfassen, ähm, ist jetzt erst mal, ne, kleiner Schreckungmoment gewesen, so, so kann man es eigentlich wiedergeben, ne, es ist ein kleiner Schreckmoment gewesen, ist aber jetzt erst mal noch nicht gravierend, ähm, hier, äh, der Kopf hinten dran zu stecken, da muss wirklich, da muss er ein bisschen dranbleiben, und da muss er vor allen Dingen auch auf großer Ebene die 15.000 halt einfach mal rausrotzen halt, ne, also komplett auf höherer Ebene, ähm, damit man auch aus diesem, wir stecken hier über ein halbes Jahr jetzt schon in dieser Zone drin, sehen immer wieder die gleichen Kurs, über ein halbes Jahr geht das jetzt schon, also wenn er wirklich mal auf Strecke will, dann muss er da unten oder oben halt raus, ne, so, und da wir noch mittig drin sind, fast sogar fast mittig, ne, fehlt nicht viel, dann ist er ganz mittig drin, ähm, möchte ich da nicht zu viel reininterpretieren in, in die Bewegung, Abwärtsgab, wurde abgekauft, guck mir jetzt mal an, wie kommt er jetzt an den Rückläufen runter, dann hat er hier unten nochmal einen schönen Spielraum, und dann muss er dort aber auch weitermachen, macht er das nicht weiter, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns wieder oben an den Kanten krass, sondern da versucht rauszuspringen, ja, das ist einfach so, ne, ja, also meine Erwartungshaltung wäre, hier hoch, rein, umdrehen, bis Mittwoch wieder hier runter, dann weitergucken, und, ähm, so wird es erstmal belassen, ähm, sollte, sollten wir unter 2,50 rein starten, fände ich es eine negative Überraschung, hätte auch negatives Überraschungsmoment, könnte sich dann wieder bis runter in die 15.100 schieben, und, ja, geht da oben drüber, boah, ah, dann mach ich, dann mach ich die Kiste aus, dann mach ich keine Analyse mehr, hab ich dann keine Lust zu, gut, also, ich wünsche euch viel Erfolg und es klingt, dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss! und, ja, geht da oben drüber, bis dahin, tschüss! und, ja, geht da oben drüber, bis dahin, tschüss! und, ja, geht da oben drüber, bis dahin, tschüss!